Anita Page war eine US-amerikanische Filmschauspielerin. Leben Anita Page war bereits in der Stummfilm-Era eine begehrte Schauspielerin. 1925 gab sie als Statistin ihr Leinwanddebüt an der Seite von Betty Bronson in A Kiss for Cinderella. 1927 erhielt Page einen Studiovertrag bei Metro Goldwyn Mayer und wurde sogleich als Leading Lady von William Hines in Telling the Word eingesetzt. In den folgenden Jahren etablierte sich Anita Page als beliebte Nebendarstellerin der späten Stummfilm-Era und frühen Tonfilmzeit. Sie war oft neben John Crawford und Dorothy Sebastian unter anderem in den Filmen der OOR-Serie zu sehen. Die größten finanziellen Erfolge ihrer Karriere wurden The Hollywood Revue of 1929 und Ali Broadway Melody. Der Film gewann bei der Oscar-Verleihung 1930 den Oscar als bester Film. 1929 wurde Page unter die WAMP AS Babystars gewählt. Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere soll sie angeblich 10.000 Briefe Fanpost bekommen haben. Über 100 dieser Fanbriefe kamen von Benito Mussolini, der Anita Page mehrmals einen Heiratsantrag machte. Ihre Karriere neigte sich langsam dem Ende zu, als sie 1931 mit Buster Keaton in Free and Easy sowie Sidewalks of New York mitwirkte. Im selben Jahre hatte sie eine kleine Nebenrolle mit Clark Gable in dem Constance Bennet-Film Herz am Scheideweg. Als 1933 ihr Vertrag bei MGM auslief, gab sie im Alter von 23 Jahren vollkommen überraschend ihren Rückzug aus dem Filmgeschäft bekannt. 1934 heiratete Anita Page den Filmkomponisten Nadjo Herb-Braun, aus dessen Feder auch der Soundtrack zur Ali Broadway Melody of 1929 stammte. Die Ehe ging jedoch bereits nach einem Jahr in die Brüche. 1937 heiratete sie Herschel House, mit dem sie bis zu dessen Tod 1991 zurückgezogen in Kalifornien lebte. Aus dieser Ehe stammen zwei Töchter. 1996 kehrte Anita Page nach 60-Jähriger. Nur von einem kleinen Filmauftritt 1963 unterbrochener Pause ins Filmgeschäft zurück und wirkte bis 2008 in mehreren zweitklassigen Splatter-Horrorfilmen mit. Im Bezug auf ihren frühen Rückzug aus dem Filmgeschäft erklärte sie 2004 ihre Sicht der Dinge und behauptete, Irving Talberg habe sie 1933 sexuell belästigt, was dazu geführt habe, dass sie nicht länger für MGM habe arbeiten wollen. Nach diesem Erford habe Talberg dafür gesorgt, dass Page auch bei anderen Studios keinen Vertrag mehr bekommen habe. Ihre Schilderung ist jedoch unglaubwürdig, da Talberg von Ende 1932 bis Anfang 1934 aus gesundheitlichen Gründen nicht arbeitete und die meiste Zeit in Europa verbrachte. Am 6. September 2008 starb Page im Alter von 98 Jahren eines natürlichen Todes. Mit ihr starb die letzte Teilnehmerin der Oscar-Verleihung 1929. An die Schauspielerin erinnert eine Stern auf dem Hollywood Walk of Fame Höhe 6116 Hollywood Boulevard. Filmografie 1925 A Kiss for Cinderella 1926 La FM and Lee FM 1927 Beach Nuts 1928 Telling the World 1928 O.O.R. Dancing Daughters 1928 Wilder City Sleeps 1928 West of Zanzibar 1929 The Flying Fleet 1929 The Broadway Melody 1929 Moderne Mädchen 1929 The Hollywood Revue of 1929 1929 Speedway 1929 Navy Blues 1930 Great Day 1930 Free and Easy 1930 Codd Short 1930 O.O.R. Blusing Brights 1930 Little Exident 1930 Van Nurs 1931 Reducing 1931 Herz am Scheideweg 1931 Gentleman's Fade 1931 Sidewalks of New York 1932 Under Eighteen 1932 Are You Listening 1932 Night Court 1932 Skyscraper Souls 1932 Prosperity 1933 Jungle Bright 1933 Soldier of A Storm 1933 Baby Cage 1933 E.H.F. Lift 1936 Hitch High to Heaven 1963 St. Mike 1996 Sunset After Dark 2000 Witchcraft Xie Sisters in Blood 2002 The Crawling Brain 2003 Mumsy 2004 Bob's Night Out 2008 Frankenstein Rising Hopps of New York 6 5 6 5 8 8 10